Der Ort Glimmbach liegt auf einem Hügel und da fahren wir jetzt hoch. Der Ort Glimmbach liegt auf dem Hügel und der Ort Glimmbach liegt auf dem Hügel. Der Ort Glimmbach liegt auf dem Hügel und der Ort Glimmbach liegt auf dem Hügel. Das war's für heute. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020